Wir freuen uns, dass ihr von der Warte angeschaut habt. Wir freuen uns, dass wir gerne von der Warte mitgekommen sind, hier von unserem Studio in Kanada. Von der Warte mitgekommen, die Gott an uns heute geleist hat. Mitgekommen und mit uns allen mitgekommen. Euer, als ich anfange mit dem Video, möchte ich Ihnen freuen, ob Sie das gut sind und unseren Subscriber-Done anklicken. Ihr werdet uns sehr freuen, dass wir auch eine WhatsApp-Gruppe haben, wenn ihr uns ein paar Mal was schrieben will, oder wenn ihr mal ein Bild schreibt, oder ein Video, dort haben wir die Nummer hier angestellt, sodass ihr das abschrieben könnt und uns vielleicht mal anschrieben. Als ich anfange von dem Thema zu reden, möchte ich Ihnen noch einmal wahr sagen, ich sehe keinen Rechten nicht, dass ich Ihnen hier will sagen, was gut und was schlecht ist. Ich will Ihnen bloß ein bisschen was mithalten, was ich in der Bibel gefangen hat. Und das Thema, was ich von dir habe, geht über Alkohol. Und wir haben sehr viel Trouble, sehr viele Menschen von unseren Plotitzen leiden, wegen dem Alkohol. Wir haben sehr viele Menschen, die sich bezüben werden, die viel zu sein Drinken werden. Und das hat mir sehr leid, während viele von diesen Menschen die kennen, doch nicht von Lüß worden. Während sie mit diesem Alkohol verbunden sind, und die sind da angebunden und dort, die können da bloß nicht von Lüß. Und es steht nur bloß den Finger zu wiesen und sei, wie schlecht diese Menschen sind, dort will ich verhaupt nicht mal tun. Mit der hat leid am Däu. Mit der hat mein hart leid, dass ich nicht keine Lüß worden von dieser Sklaverei der Sünde. Weitgewort, wir haben Dutzend und Dutzend Menschen, die haben uns an WhatsApp geschrieben, und gesagt, wir haben furchtbare Troubles mit Alkohol. Mein Mann ist immer besoppen. Mein Mann, der ist nicht froh, der hat den Alkohol besitzen. Ich kann ihn nicht Lüß worden. Hör ich, mein Bruder, ansonsten. Werden diese Menschen doch helfen, nicht so? Ich sehe hier, weil sie sagt, ich habe keine Rechte, ich will nicht Rechte. Aber was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel über Alkohol? Ich will hier ein bisschen lesen, auf die, und dann werde ich das für sie applaudieren. Was sagt die Bibel über Alkohol? Ist Alkoholtrinken eine Sünde? Was sagt die Bibel über Alkohol trinken? Ist Alkohol trinken eine Sünde? Die Bibel, ihre Antwort ist, nee, das ist nicht eine Sünde, das trinken. Das trinken ist nicht eine Sünde. Das Sünde ist, wo wir das überdrehen würden. Da haben wir sehr große Troubles damit. Ich habe niemals Troubles gehabt mit Alkohol. Mein Troubles in meinem Leben wie Schmiede. Ich habe ganz offensichtlich, so wie ich leue. Ich habe so wie ich stohlen. Meine Troubles wie die Zigarette. Nicht den Alkohol. Ich habe niemals Troubles gehabt, dass ich mich besüppe. Aber ich habe davon wiederverteilt. Wenn du nicht vielleicht einer seiner Beste, wo du jeder Tag mal ein paar Bäuerbüttel besüppern. Und dann sagst du noch, dort ist alles okay. Ich will nicht sein, dort nicht essen. Ich will nicht ihr euch rechten. Aber wenn wir gebungen sind und einer sagt, dort sagt Gott, dort ist eine Sünde. Dort sagt uns die Bibel, wenn wir gebungen sind, das ist echt wie auch mein Späke. Dort wird eine Sünde. Wenn du einer bloß den Zigaretten würdest, der ich puffe, dann würde ich da nichts von sein. Aber wenn du einer gebungen durch das an, dann ist das eine Sünde. Wenn ich zwölf Jahre alt bin, dann kann ich nur meinen, nicht wo ich über den Namen sage, ich will bloß sagen, ich komme nur meinen Cousin. Der wird zwei Jahre alt als ich. Und mein Cousin hat noch ältere Brüder. Dann kann ich da einen Tag hin, und dort bin ich sehr heute. Dort bin ich sehr heute Tag, vielleicht fertig groß. Dann hat die ältere Cousins, Cousins, die hügt da in ihrem Tag, und hat eine Brüder Wien. Dann sagt er, dann sei die ältere Cousins, zu mir und meinen Cousin, die Jüngere. Dann sagt er, Jungs, ich will eine Brüder Wien hier nicht, die aus dem Glas. Dann wird die drei Feier-Leppelige Socker nicht, und die Wien wird warm. Dann sagt mein ältere Cousin, zu mir, ich will, koste dort eine Eind-Utsuppe. Na klar, das wird hier Zeit. Und ich dachte auch einmal so, wie das war. Mein Cousin dachte auch so. Dann sagen die ältere Tans, würde ich jeder noch ein Glas in Trie? Klar würde ich das in Trie, das wird hier Zeit. Dann geöffnet er mir nacheint, bitte, Brüder, gehen wir, laden Sie wieder. Weißt du, was die ältere Cousins dann da ansiede? So, jongens, nur antemal 200 Meter fliegen zu Gas rauf, num Krell. Weißt du, ich heim nicht wieder, glaube ich, aus 20, 30 Meter. Dann falle ich immer, ich werde die ganze Zeit besoppen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich mich besoppen habe. Weißt du, was die ganze Welt redet an mich? Ganz grünlich so, ich besoppen habe ich mich. Von dann an habe ich niemals mehr mich besoppen. Von dann an habe ich immer Angst versopert. Nun, ich will aber auch nicht recht, ich rechte, wer da was trinken hat. Aber dort wird die Suppe in das selbe nicht tun. Sprüche 23, Vers 29 sagt es, das ist das. Bei wem sieht man, dass Menschen sich bejammer sind, wo sie trürig sind und wo sie Trübel haben? Bei wem streit und gejammer? Wo sitzt du, wo ihr streitet wird und wo die Menschen jammeren tun? Das sind Söhne. Das sagt die Bibel. Wer hat Wunden durch grundlose Schlägereien? Wer hat trübe Augen? Dort sagt es, es steht in der Bibel in Sprüche. Wer hat die Wunde und Charpa von Schlägerie, wo sie sich mit der Füße an der Hand verkühlt? Wer hat die Üben, wo die ganz dick und rot sind? In der Sprüche 23, Vers 30 sagt es, Wer noch spät beim Wein sitzt und jede neue Sorte ausprobiert, wer sind da jahres hier, wo der Lott bliebe dauerne zu oberen, und noch jeder, der all den Wien überprüftet hat, und andere wird dort, wo uns noch besuppet dauerne, und dann gleich wieder ans Leben wird schenken. Das sagt die Bibel uns. Die Bibel fordert dazu auf, heilig und für Gott annehmbar zu bleiben. Wir sollen helles Leben haben. Plotische Menschen, wir, du und ich, wir sollen ein helles Leben haben. Nicht uns besuppen. Nicht uns besuppen, während dann kann Gott uns gut gebrücken. Das, was Gott will haben, wir sollen nicht uns besuppen, dort, wir sollen verantwortlich sein und mit uns leben. Und dann möchte ich noch bitte wiederlesen. Und ihm mit Vernunft zu dienen. Wir sollen Gott vernünftig deine. Wer betrunken ist, kann nicht, kann sich nicht an dieses Gebot halten. Wer sich besuppet, in Teufel, Wien, in Bayern, in all seinem Alkohol süppet, der kann das alle nicht däunen. Wenn es dem kann Gott durch die Brücke, dann hast du den Kopf sonst wo in deinem Leben. Er ist dort nicht fern, wie Gott uns dort gesagt hat, dort wir uns alle abhören. Wird ihr wollt, wir sind verantwortlich für unsere Familien. In Epheser 5, Vers 8, er sagt es so, Betrinkt euch nicht, das führt zu einem ausweichenden Leben. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Heute sagt es so, wie sie alle unseren Körper, unseren ganzen Körper, unseren Kopf und den Hord, mit Gottes Geist erfüllen. Nicht mit Wien, nicht mit Bäuer, nicht mit Alkohol, mit Gottes Geist, der wird dort drin. Und dort hat Gott uns gesagt, sie sei ja angesprochen, sie füge mal. Es kann jemanden finanziell ruinieren und die Gesundheit schwer schädigen. Heute mal, dort jelthaft so viele Menschen bankrott gebracht. Viele Menschen trefft du dich. Ihre Leber kann das nicht mehr verarbeiten. Wie hat uns das dort gemerkt? So dort, ich dort mit dem Schmiedchen. Das sagt euch auch so, der Alkohol hat auch so eine schlechte Sache. Ich dort mit dem Schmiedchen ist dort überdreven. In welchen Wort, Gott kann mich auch gebrochen, wenn es echt ganz voll sind wir. Sprüche 23, Vers 21 sagt es so. Auf sie wartet die Armut, der Jansi wird sich besuchen, für die Wacht, dass du in der Höfkunft wirst umsänen. Denn wer bloß isst, trinkt und schläft, bloß der Menschen, wo bloß eten und trinken und süpeln, hat bald nichts als Lumpen am Leib. Der hat meist für die Schnüschmeier als verlösen die Schleiter ab ihrem Körper. Das hat Gott uns doch klar gesagt. Schau dir mal in der Welt rum. Auch wir in London, Ontario, bloß im Podium treten bei meinen Jungen. Dann gehen wir in die Stadt nennen. Dann sagen wir die Menschen da auf der Flur liegen. Das ist in Kanada, besopene Menschen. Die reine da rum, als wenn es noch niemand was anderes gegeben hat. Als bloß Trinken und Drogen sich ganz voll fallen von dir. Und das hat eins von dir und das hat ganz arm angefangen. Übermäßiges Trinken und Trunkenheit werden von Gott verurteilt. Wenn du die Besuche des in Teufel trinken des, dort wird Gott eines Deus die verantwortet. Du wirst die verantwortet. Wenn du sowas aus dort dönen des und du immer Besuche des, dann gehst du in Alkoholism nennen, dann gehst du in so eine Sache nennen, wo du wirklich niemals gedacht hast, dass du dönen wirst. Dann fangst du an die Pflege, dann fangst du an nädig zu sein, über die Noba. Dann fangst du an rum die Kiele, dann fangst du an schlechte Sachen zu haben, dann fangst du an nädig zu sein. All diese Sachen kommen mit so eine Menschen, die der Teufel trinken zu haben. Dort sagt Jesus, ganz klar in der Bibel, so eine Menschen, die sind dort da drin, sich nädig zu sein, sich werden verküllen und sich nicht werden vergeben untereinander. So eine Menschen, aus der Bibel, kommen nicht in dem Himmel nennen. Du kannst dich nicht in deine zweite Bänke verstärken, du kannst dich nicht bloß, ich bleibe, wenn ich ein Klingebettje trinken, doch das ist okay. Du dich doch nicht besüppel, du dich doch nicht teufel von diesen wehnehmenden Beier. Frag doch mal, was du kannst du. Heute wacht auf dich, dass du sein Leben was geben. Gott mag, dass du frei wirst von so etwas als dort. Gott mag, dass du und ich wurde arm duine, dass wir Frau sein, dass wir arm werden, uns ganze Leben geben. Wenn du diese Troubles hast mit Alkohol, dann muss ich dir ansparen, dass du mal die Bibel lezen, und dass du was Gott froh, dass er die Worte frei macht davon. Die ganze Welt ist ganz voll von Alkohol, von Drogen, von Schmieden und von allerhand anderen Sachen. Was du dich auch mit Miet habe Bede? Weil wir uns doch ansparen nach einer und anderen? Weil wir doch so denken, dass die anderen Menschen auch frei werden davon. 2.8 Millionen Menschen sind Alkohol zu Drogen kommen. Dort ist wir ein Kräft, wir uns Unfall, sich selbst in Leben genommen, bloß wir uns Alkohol. 2.8 Millionen Menschen in der Welt. Wirst du auch einer von diesen Sennen? Weißt du was? Gott hat uns plattische Menschen teuer rupt, dass wir mit unserem Leben Die Menschen in der Welt kicken uns. Wir haben feine Kölnäu Wir haben feine Kölnäu Arbeit. So wenn wir diese Sachen noch würden abruimen und uns nicht würden besuchen in unsere Giezer als Männer in unsere Giezer und vroes Jugendlichen werden verantwortlich sein mit unserem Leben. Weißt du was? Gott kann noch so viel mehr mit uns tun. Nichts so? Das steht nicht auch beherrscher dass Gott uns berupe hat als Sine Tjinnäu Er möcht dass wir Sine für die Menschen romans. Du hast ein Weich in das Alkohol ruht. Das ist ein Weich der Jesus Christus was am Tretz für dein Sinn auch gestorven ist. Kriegt dass Jesus my frie merke die von mein schmietje was ich für 20 johr hat blitz gedone. Wenn Gott mich davon kann frie merke dann kann er die auch frie merke. Weißt du ein paar Stunden das du zuf das du Gott noch verhäil dass du für immer und immer für alle eidigheit was frie sein und dass du kann mit dine familie sein sein und du kann mit du beden die die Bibel lezen kann ich die mal inlohde du versiegt das doch mein mein leiver tou versiegt das doch Gott bitte die an Hü für die sinn starve kann ich die anspannen dass du nun auf knie seht und fragt Gott ob du will helpen damit du hast andere als Jesus die helpen kann andere Menschen kann helpen oder die die kann fremaken von du was in gelegen mit dine vrouw mit dine man mit dine familie mit dine kind we we kann blus Gott tun hy mocht die die von an bude und biebel fahrt gefeil leest lees die doch tuss me no ek mocht du ook wurs frie zanne ek mocht du ook wurs mien rauw am hahn zanne mine zes am hahn so dat du und ich hann als eine familie an zup Gott im himmel dine dat wie war am dine bet die go wat hy uns gejeft haf ek hoop dat des video bete die on gesparend haf ein freud gesächter han an sin vord himmel zu dine dank dat du angescholt has dank dat du was vorn bete wie vorn verjunt bete aus de grote familie aus de grote plottische familien dieser welt wel va an jesus doch dine en wel va am doch die ehebe do fair dat he vorn an sin sin gestorbe es so dat vi ons vorn rechte sondern dat vi ons vorn anspornen dat vi ons vorn begleiten dat vi vorn taub met dem hell jesus in med on jesus in himmel gonen dank schoen dat du angescholt hast dank schoen dat du vorn bete worscht die wans che har h h